Ja, guten Abend. Dies ist eine Ansage an Sabia. Guten Abend, Sabia. Ja, irgendwie, also weiß ich nicht, scheinst du es nicht zu kapieren oder willst du es nicht kapieren? Du hast damals die Ehe kaputt gemacht mit Silvi und Raphael van der Vaart. Weißt du es noch? Ja, und zwar war das nämlich, glaube ich, Silvester. Das ist schon einige Jahre, ist schon etwas her. Ja, und du hattest dann irgendwie eine Affäre mit ihm schon laufen oder hast ihn an dem Abend, dich dann an ihn rangemacht, du hast geknutscht, irgendwie gab es dann Streit, du bist aus der Wohnung gerannt oder geflogen. Raphael hat dann, weiß ich nicht, Ärger gemacht oder es ging um Streit oder du hast dich dann mit Silvi gezofft und ihr wart euch, lagt euch in den Haaren, habt euch in den Haaren gerauft, keine Ahnung wie. Aber du hast auf jeden Fall dich an einen verheirateten Mann rangemacht und ich finde, ja, dich braucht keiner. Ich weiß nicht, warum du jetzt wieder auftauchst auf den Promi-Partys, auf den Partys, warum du jetzt so tust, das ist alles heile Welt. Du magst dein Leben haben und du hast auch, wie gesagt, jeder kann sein Leben leben, aber du hast es damals wirklich, du hast, glaube ich, übers Ziel hinaus geschossen, durch deine Triebe, durch deinen Instinkt, keine Ahnung was, aber du warst wirklich dann, ja, sehr verschossen, glaube ich, in Raphael und konntest dann nicht die Hände von ihm lassen. Warum du das gemacht hast, weiß keine Sau, ich weiß es auch nicht, ich frage mich das auch seit Jahren, weil Silvi ist eine tolle Frau, ich weiß nicht, warum du sie auch so hintergangen hast. Du warst die beste Freundin von Silvi und dann sich an den Ehemann ranmachen, das ist immer sehr, 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 sehr böse und ungeschickt, wie ich finde. Aber okay, musst du wissen, aber auf jeden Fall, ich finde, dich braucht keiner auf einer Promi-Party, dich braucht man auch nicht um sich herum haben. Ich finde, du solltest dich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen, das ist meine Meinung, jetzt bist du wieder auf der Promi-Party, nach Jahren bist du wieder gesichtet worden und machst Küsschen mit, ja, mit Frauen, anderen Männern, keine Ahnung, was du noch vorhast. Du wirst es wissen, ja, du hast es wahrscheinlich drauf, verheiratete Männer auch, um den Finger zu wickeln und, wie gesagt, dann ins Bett zu bekommen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hast du damals ja Raphael um den Finger wickeln können. Ja, und dann ist er drauf reingefallen und was war, ihr wart dann zusammen und dann, ja, warst du sogar schwanger mit ihm, keine Ahnung, was dann noch passiert ist, dann wart ihr wieder getrennt und so weiter und so fort. Ja, er spielt jedenfalls nicht mehr beim HSV, er ist ein verdammt guter, also ich, meiner Meinung nach, ist er ein verdammt guter Fußballer, hätte er das durchschaut, hätte er sich wahrscheinlich nie auf dich eingelassen. Warum du ihn um Finger wickeln konntest, keine Ahnung, aber du hast ihn dann um Finger gewickelt, vielleicht warst du auch verknallt in ihm, aber merkt dir eins, man tut sowas nicht und das braucht kein Mensch, so ein Verhalten. Das wollte ich dir sagen, deswegen hast du diese Ansage auch verdient, wie gesagt, und ja, jetzt bist du wieder irgendwo und feierst auf der Reeperbahn Wild oder singst Karaoke oder gibst Küsschen, keine Ahnung, wer dich eingeladen hat, aber ich hätte dich nicht eingeladen. Davon kannst du ausgehen, in diesem Sinne, die Ansage steht dir gut. Bis dann. Ja, die Fliege hier im Raum, die hier rumzwitschert, rumschwert, die hat mir gesagt, ich soll noch ein kleines bisschen Ansage an dich machen, Sabia. Ja, schau mir mal schön in die Augen, wir machen das jetzt mal unter vier Augen aus. Warum, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Meine Frage an dich persönlich, ja, jetzt wird das mal ganz still. Wieso hast du dich an Raphael van der Vaart dran gemacht? Warum hast du die Freundschaft zu Sylvie einfach weggeschmissen, wie eine leere Packung Milch? Warum hast du das gemacht? Du dachtest, ja, da nehme ich noch was mit, da nehme ich noch was mit, da hole ich noch was, da packe ich Banane ein, da packe ich Pflaume ein, da packe ich noch ein anderes Stück Obst ein. Was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Ich bitte dich, warum hast du das gemacht? Das macht man doch nicht. Ja, das ist eine Sache jetzt zwischen dir und mir. Also, dass du die jahrelange Freundschaft zu Sylvie und natürlich auch die Freundschaft dann mit Raphael dann einfach so weggeworfen hast. Du hast ihn ja jetzt nicht mehr, das ist ja schon vergangen, aber du wolltest es mitnehmen, oder? Einfach nochmal, um in die Presse zu kommen, einfach nochmal, um es mitzunehmen, während du jetzt wahrscheinlich andere verheiratete Ehemänner um den Finger wickelst, keine Ahnung warum nicht. Oder wolltest du Spielerfrau sein? Kannst du mir das verraten? Wahrscheinlich schon, ne? Warst ein bisschen neidisch auf die Sylvie. Auf die hübsche Sylvie, die mit Raphael gerade nach Hamburg gekommen war, um sein HSV-Debüt zu feiern. Also, ich verstehe dich einfach nicht. Ich will dich nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Schönen Abend noch. Oder, nee, besser nicht. Okay.